Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Tullover 2 mit den Römern. Wir haben 72 vor Christus und Türkei gehört bis zum gewissen Teil uns. So in diesen Fleckenteppich hat Rom auch 72 ausgesehen, hier in Asien, Türkei. Ja, jetzt in zwei Jahren müssen wir Jerusalem einnehmen. Das wird hier im Spiel sehr einfach sein. In echt sah das sehr viel krasser aus. Also Jerusalem hat über Jahre standgehalten. Also weil Jerusalem hat eine äußere Mauer und eine innere. Und das hat sehr lange gedauert bis man Jerusalem eingenommen hat. Und dann noch weiter bis die Stadt dann wirklich, oder das Land drumherum befriedet wurde. Aber da sind wir ja sehr viel leichter unterwegs. Das war übrigens auch ein Grund, warum die Römer den Jesus da ausgeliefert haben. Weil, also wenn man das glaubt, ähm, weil sie, sie konnten sich kein, kein Aufstand hier, ähm, erlauben. Weil sie hatten im Osten eine ständig Bedrohung von den Patern. Und, ähm, genau. Und die nächste Legion war hier oben. Und wenn hier ein Aufstand ausgebrochen wäre, hätten sie komplett Jerusalem und die Städte drumherum verloren, weil da eben auch sehr viele Rebellen waren. Und das war auch unter anderem ein Grund, warum die dann Jesus gekreuzigt haben. Also, wie gesagt, wenn man drückt glaubt. So. Mh. Was? Okay. Ich, ich war nur gerade irritiert, weil hier so ein roter Kreis ist. Ähm, wie sieht's denn eigentlich in Spanien aus? Spanien ist da übrigens auch, äh, ziemlich, ähm, ziemlich cool, dass, dass da jetzt, ähm, Aufstände passiert sind. Weil der nämlich, äh, also Spanien wurde ziemlich oft, ähm, von Rebellen wieder heimgesucht und so weiter. Äh, Söldner brauchen wir eigentlich jetzt nicht, aber Aufschwung ist schon cool. Wagemut. Fertigkeit, Einheit. Das ist auch cool. Konvertierung. Verspotten. Also, äh, Verspotten Gruppe ist halt richtig krass. Äh, das ist, ähm, da bekommen die, äh, Feinde Mali. Das ist auch cool. Aber ich, ich werde, ähm, motivieren, sammeln, motivieren. Dann rückt, drückt vorwärts. Äh, neuer Aufschwung. Kampfrhythmus. Ich werde mal, äh, erstmal hier... Ja, ne, oder? Hm. Oder ich, ich, äh, werde mal Nachtgefechte machen. Wollte ich mit dem Nachtgefechte machen? Ja, dann, die, äh, hat nur Level 3. Ähm. Oh, das ist auch geil. Das ist, äh, Chance auf Vorausahnen eines feindlichen Hinterhalts. Da wird die jetzt, äh, ja, das, das mache ich. Da wird die jetzt, äh, weniger, äh, in Hinterhalte reinkommen. Ähm, das Problem ist, der ist schon 61, also wird das sowieso, ups, egal sein. So, was machen wir als nächstes? Wir ziehen auf jeden Fall jetzt, äh, hier unsere Truppen nach Tarsus zusammen. Äh, hier muss ich mal schauen. Äh, na, 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 na. Und als Gott. Äh, hier wird, dann will ich mal schauen, äh, wie die Armee bei ihm aussieht. Äh, beziehungsweise die... Okay, da, da ist niemand, das ist sehr schön. Das ist gut. Fähigkeitsseptimus, das ist nicht das, das ist unsere. Okay. So, Fertigkeiten. Der wird ein, ja, das ist gut. Der wird ein, äh, Typi für die Armee. Okay. Okay, jetzt schaue ich nochmal kurz auf die Politik. Risiko 0, das ist sehr schön. Minus 8. Äh, okay. Ups. Die werde ich mal erhöhen und dann ein Männchen für dich finden. Äh, Geheimaktion, dann wird der der neue Stratege. Moral brauchst du jetzt eigentlich weniger. Wir, wir, wir können dir mal, äh, Hingabe geben. Gut. Ähm, der ist elf Jahre alt. Okay, der ist auch bald soweit, um eine Armee anzuführen. So, Dinge, die Briten, äh, das wird auch nochmal sehr interessant. Das wird nochmal heftig interessant. Uh, was passiert denn da jetzt? Da muss ich auch passen, dass, ähm, ja nicht, äh, hier nach Westen zieht. Ja, das habe ich mir gedacht. Dieser Krieg hat eurem Volk geschadet. Äh, ne, dieser Krieg hat deinem Volk geschadet. Also, äh, ja okay, das stimmt jetzt auch nicht, weil er, ähm, drei, vier Länder dazu bekommen hat, weil ich Pergamon ziemlich in die Mangel genommen hab. Apropos Pergamon, Pergamon ist oben. Ich will sehen, was Pergamon macht. Na, wieder Agentenaktioner. Ja, hat er natürlich wieder geschafft. Also, am, am liebsten würde ich hier jetzt... Oh, warte mal. Ich könnte auch, ähm, die letzte, die letzte Stadt von, von Pergamon könnte ich einnehmen. Ah, hä? Invasion geht an Land. Ja, genau. Range erhöht, range erhöht. So wird Taten sabotiert. Ja, geht, das ist umsturz. Das ist egal. Feind verwundet. Das ist gut. Militär umsturz. Jaaa... Das ist nicht so schlimm, wenn das, äh, ich paar Männer verloren hab. Okay. Das ist egal, weil hier liegt meine Flotte. Das ist total wurscht. Und der kann da auch nichts machen, weil Alexandria ist, äh, sehr gut gerüstet. Ich sag jetzt... Äh, Entschuldigung, das ist mein Handy. So. Gut. Hier gehen... Warte plündern. Atelier 1. Ich glaube, es wäre besser, wenn du hier reingehst. Du gehst mal auch. So. Du gehst dann Richtung da. Das ist hier die letzte Stadt von Pergamon. Ich könnte die jetzt ausrauben. Niederreißen. So. Das Problem ist, äh, die gehört jetzt mir. Ja. Vielleicht übernimmt das ja nochmal jemand. Aber an sich ist doch Pergamon tot. Ah, verdammt. Unten ist er noch. Okay. Dann... Dann war die Action komplett für den Arsch. Okay. Dann geh ich hier weiter. So. Du gehst jetzt zu ihm. Mastmilitärverwaltung. Ah, diese Wolken immer. Du gehst zu ihm. Du gehst zu ihm. Ah, Atemblatt. Mal schauen, ob ich es schaffe. Ne, schaffe ich nicht. Äh, hier. Du gehst dann auch Richtung hier. Du gehst dann Richtung da. Okay. Dann schaue ich mal nach Spanien rüber. Das können wir einfach so machen. Das ist easy. Ich hätte ihn auch wieder unterwerfen können, aber nö. Das mache ich nicht. So. Dann hier geht's weiter. frauern Wassonee event. Den will ich hier wenn April 24 3 12 im Mal schauen, okay, also jetzt haben wir 43 Nahrung und wenn die drei weg sind, haben wir glaube ich wieder so um die, ich würde sagen um die 90, weil die sind halt richtig krank, was die runterziehen. Oh, hier ist noch ein Füllstacker mehr, interessant, da wird es doch ein bisschen spannender. Ich überbringe euch die Nachricht, dass mein Herr den Krieg zu beenden wünscht. Diesen Wunsch wird... Nein. Also ich, ich hatte es angenommen, wenn du nicht in Jerusalem wärst. Warum bist du eigentlich in Jerusalem und da am Arsch der Wind? Hi. Ja, schön zurückgehen, ne? Uh, da ist jetzt auch eine Armee rein. Nur aus einer starken Position heraus mache ich ein Friedensangebot. Ja, nein. Aus einer starken Position heraus, ja. Das ist deine starke Position. Äh, nein. Das ist eine Verzweiflungsaktmaßnahme, bla. Ja, schon wieder. Boah, dieser Typ, ne? Was ist denn los bei denen? Echt jetzt? Der greift das an. Schau mal, er ist... Ich hab... Ich hab ein paar... Der greift das echt an. Okay, gut, machen wir. Ja. Dann gibt's jetzt noch eine schöne, ähm, Verteidigungsding. Und dann ist es auch schon wieder aus. Ah, echt jetzt? Der will mit denen versuchen? Oh. Ja, vielleicht hat er, ähm, viele, viele, ähm, Leitern und so weiter. Dann könnte er es schaffen. Mal schauen, vielleicht, äh, ziehe ich mich hier zurück. Ja, er hat... Okay. Gut. Gut. Also, die da... Können nicht hier hin. Weil die können sich ja noch ein bisschen drehen. so... Ja, die können sich nicht weit genug drehen. Die werden mal von der Seite her schießen, wenn sie können. Und hier... Ich könnte auch... Also, er muss ja hier rumlatschen und alles einnehmen. Hmm. 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 Da, 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 da... Wie stelle ich mich auf? Wieso kann ich die nicht... Ah, egal. Die explodieren. Wieso kann ich die nicht alle auswählen? Ist ja blöd. Ah. Ah. Das halt, das macht die Reichweite geringer, ne? Ja. Das heißt... Das geht nicht. Okay. So. Gut. Ich, äh, werde mal... mal hier... die Versuchung aufzuhalten. Ach komm. Komm schon. So. So. Was sind hier denn die Restlichen? Gut, äh... Und dann ziehe ich mich dann irgendwann zurück. Wie ist der denn? Warte. Lass mich mal. Lass mich mal. Ey, sag ich nichts, ich habe ja wenigstens näher getroffen als er. Wann schießt der denn? Wann schießt der denn? Schau mal, der... der schießt wo... wo komplett... komisch ist hin. Ah, die kommen da nicht hin, ne? Die müssen jetzt komplett zurück. Das ist ein bisschen... kacke, aber... so. So. Ja, jetzt trifft er. Ups. Upsi. Entschuldigung. Entschuldigung. Warte mal, kann ich... ne, kann ich nicht. Ui. 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 Ah. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ui. Hey. Hey. Ich will für dich schießen. Weil du hast, äh... du bist bald weg vom Fenster, ne? Deswegen musst du noch, äh... alles, äh, verschießen, was du hast. Genau. Das ist ne gute Idee. So. Gleich habe ich keine Munition mehr. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Super. Noch mal ein bisschen Speed geben. Wie ich... ich dachte, der kann nur rund rum... Umschlag nicht. Äh, irgendjemand... konnte... ähm... rund rum schießen. Naja. Gut. Wir können auch hier... Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wir können auch hier jetzt rausgehen dann. Und die aufhalten. Das mache ich, äh, vielleicht, wenn... wenn die zu nahe kommen. Oder... Ja jetzt, also jetzt lassen die sich abschießen, ne? Jujлон, das war ein... Au! Voll... voll durch den Arm. Autsch. Gut, die Warnung, die ist gut. Die kommen wir hinterher. So, jetzt kommt die mal hier rüber. Hier geht mal dahin und dann werde ich die mal aufhalten. Der Rambock darf nicht bis dahin kommen. Wieso geht der auf? Ach so, die fliehen, ja. Ich bin mal gespannt, ob meine Tore jetzt zum Beispiel brennendes Öl haben. Oder allgemein Öl. Weil bei besseren Städten gibt es Öl. Hä? Hä? Also, können die da jetzt nicht mehr weg oder was? Oder hin. Ne, können sie nicht. Ja, dann, der macht es trotzdem kaputt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Was ist denn da los? Ich schieße mir hier runter. Das geht mir gar nicht. Wie sieht das Tor aus? Torschaden 80%. Unsere Tore sind komplett zerstört. Das ist cool, er blockiert sich selbst. Was ist denn? Was ist denn? Was ist das lustig? Oh, cool. Wieso kannst du nicht weggehen? Wieso kannst du nicht weggehen? Hä? Hallo? auch okay er ist hier irgendwie ich habe ihn nicht hier irgendwie eingeklemmt scheiße ok er kommt doch durch scheiße ok dann bleibt er jetzt unterstehen ja ich hätte nicht hier hochgehen sollen er bleibt halt dann hier stehen krass er kann nur hier umgehen und hier kann er nicht das ist gar nicht gut naja mal schauen ob wir trotzdem gewinnen können ohne den general ja schönes wetter wenigstens hat er in den general hätten wir jetzt wirklich dringend hier vorne getrunken gebraucht sehr sehr dringend und zieht so aus als hätte ich noch kein öl hier das muss ich dann sehr dringend erforschen weil dann halt hier alle tun unsere Einheiten hat ihre gesamte Munition das war halt dann richtig richtig gut aber man muss wirklich aufpassen beim Öl äh wenn äh man hier kämpft äh man hier kämpft und der Gegner flieht und man geht da durch und da ist irgendwo noch irgendein kleiner Pupsi äh böser dann kommt die ganze Ladung und wir haben hat ihre gesamte Munition auf einem selber und das ist halt dann nicht so geil das ist dann nicht so optimal gut das bekommen wir mal schauen ob der so lange noch aushält und mal schauen wenn die durchbrechen ob sie gegen mein general gehen oder oder nicht ach komm das ist nur einer, den ignoriert ihr jetzt einfach bei dem wir etwas sagen ihr könnt den einen danke der hatte richtig krasse Moral mal schauen wie es hier losgeht mach mal ein bisschen mehr druck der da fängt jetzt langsam an zu wanken das ist nicht ganz so optimal den können wir vielleicht abziehen und hier hinterher schicken dann bekommt der wieder bisschen Bonus also Unterstützung kann sich ein bisschen ausruhen ah sehr gut ist nur noch orange 1G dann macht man mehr druck hier los los also also den könnten wir auch hoch schicken weil ja die da ähm wenn die 100 pro über überrennen die kann hier auch nicht weg die sind hier ein bisschen angequetscht so na los oh ne wolke gar nicht wahr das gar keine wolke warte mal voll unlogisch unrealistisch hier ist gar keine wolke 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 voll unlogisch sorry so das macht ihr mal fertig so du wirst mal ein bisschen zurück gehen und sich ein bisschen ausruhen posh 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 so ist hier noch jemand ein bisschen ah der General ist da blutige Wölfe bis zum letzten Mal die Wölfe bis zum letzten Mal die Wölfe bis zum letzten Mal zurück zurück 74 50 eine verloren das ist in Ordnung ich will nur dass er sich jetzt nochmal erholt ein bisschen auswut ah und wir haben die die beiden Türme wieder eingenommen das ist gut okay ich fahrte noch ein bisschen erfrisch die ja da sie haben wir den nur noch die kurz ein kurz ausgerutscht jetzt könnt ihr noch mal ein das ist ein schädlicher an ich könnte ich sehr gut gebrauchen ich kann mich nicht nicht einbieten ich habe ich kann den nicht raus tun mega mega scheiße richtig könnte sein dass ich jetzt ging er wegen den verlieren steinschläger ich musste die weiter posten das so dass die dann checken dass sie in den rücken angekommen unsere männer fliehen vor der schlacht das ist ein schädlicher an die 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 auch. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anweckung. Okay, wenigstens halt bekomme ich den jetzt noch. Aber jetzt eigentlich waren wir hier alle. Das heißt, die kommen runter. So. Mal schauen, wie die dann reagieren. Oder wie die dann kämpfen. Also an sich. Unsere Männer fliegen vor der Schlacht. Könnten wir alles noch gewinnen? Der General hat auch so sehr, sehr stark gelitten hier. Das ist ja so krass. Unsere Männer fliegen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anweckung. Die sind jetzt frisch. Die werden sobald die hier fertig kommen runter und kommen hier in den Rücken. Und dann habe ich auch verloren. Das Problem ist hier der Turm. Der wird dann auch anfangen auf meinen General zu schießen. Und das ist nicht gut. Und das ist richtig bescheuert. Ja, wieso gehen die jetzt raus? Nicht so durchbrechen, ne? Nicht so durchbrechen, ne? Wisst ihr was? Ich glaube, er kann, er kann nur die angreifen. Er kann die gar nicht angreifen. Weil die sind ja... Die können nicht angegriffen werden. Das heißt... Ja, er kann den nicht angreifen. Der feindliche General ist tot. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Das heißt, die werden jetzt einfach von den Türmen abgeschossen. Wow. Und die Türme sind natürlich voll heftig. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ach krass, der ist durchgekommen. Hä, wieso ist der durchgekommen? Wie ist der durchgekommen? Ja, geil. So. Ja. Das hat mein Genick natürlich... ähm, zerstört. Mein Genick zerstört, ne? Ah. Ja, der Ende ist halt mein General, da er festgepackt ist. Super. Aber hier auch, äh... Ich hab 800 getötet und 1800 hat er verloren. Also die Türme waren schon... ein bisschen... äh... ja... ein bisschen aktiv. So. Ja, aber... hier ist meine zweite Armee, also... das hab ich gleich wieder... Auch wenn ihm jetzt, äh... die ganzen... die ganze Verteidigungsanlage gehört. Oh. Aber ich glaube trotzdem, dass ich, äh, das automatisch machen kann, weil... er hat da ja niemand drin. so, äh... äh... Rekrutierungskosten und Erfahrungen... ja... sabotiert... das ist wurscht. gut, dann holen wir uns hier einfach zurück. Ja, schau mal, also... das ist easy. so... alles reparieren, 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 reparieren... hier machen wir das, das, das... äh... hier machen wir das... hier machen wir das... hier machen wir... mhm... na, das brauchen wir nicht... das... und hier brauchen wir das... also... dann würde ich sagen... vielen Dank fürs Zuschauen... ich hoffe euch hat's gefallen... und... bis zum nächsten Mal. Bye. See ya. See ya. ... ... ... ... ... have ... Angriff! Angriff! Hör jetzt die Elefanten! Hör jetzt! Hör jetzt! Hör jetzt! Hör jetzt! Hör jetzt! Hör jetzt! Musik Untertitelung des ZDF, 2020